Was geht ab, ihr geilen Schlittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Worms Clan Wars. Hallo. Ich hasse dich doch jetzt schon. Mach den Stupser. Ich glaube, auch die Mine drauf. Unten eine Miene, ne? Vielleicht ist der Stupser sogar wirklich eine gute Idee. Alter, stimmt. Er hätte einfach nur für den Joker einfach rein, weggestupst. Ich weiß nicht, ob der Stupser weit genug geht. Wahrscheinlich geht der eher nicht weit genug. Also, der kriegt sogar zu weit, glaube ich, in die Kuh da rein. Ah ne, doch nicht. Genau drauf. Oh ne, der geht nach links. Oh, doch nicht weit genug, was ein Glück. Wenn er links gegangen wäre, wäre doch super. Der wäre scheiße, weil er mein Wurm in der Nähe ist. Das ist ein Problem. Okay. Da ist schon das erste Wasser raus. Ah, doch stimmt mit Wasser. Stimmt. Hey, Bram. Na geht ab. Ah. Lass mal ein bisschen waschtag. Jetzt habe ich auch noch ins Wasser gesprungen. Die sind ärgerlich. Ne. Auch der unten drin. Ah, komm. Da habe ich auch Glück gehabt. Welcher ist denn Jace? Der ist blau. Der ist blau. Der rote. Da war eine Mine im Weg. Das ist ein Problem. Ich habe überlegt, ob ich mich da hinstelle, damit die ausgelöst wird. Dann habe ich mir das aber doch anders überlegt. Wird die nicht ausgelöst, während du da einmal lösen bist? Wann löst die jetzt aus? Naja. Das ist ja scheiße. Wann hauen ab. Reicht. Halt's ab. 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 Das war aber nicht dein Plan, oder? Schon. Oh, 19 Sekunden noch? Ja. Bei mir hängt die Zeit an. Hä? Bei mir hängt ja auch die Zeit. Das stimmt. Hä? Reicht nicht. Schade. Ich wollte da unbedingt hoch. Aber wieso liegt da die ganze Zeit an? Denn dann hängt die Zeit, wenn man dann... Ja, eigentlich nicht. Wenn man am Seim hängt. Scheintbar. Was sah so das ganze aus? Ja, als ob das jetzt einen Bug hat, als ob dieses Spiel einen Bug hat. Der einzige Bug ist das Perpetuum mobile mit dem Wasser. Also habe ich vor, zumindest noch nie gesehen. Ja, ich habe aber noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Nein, ich auch nicht. Nein, wir hatten das doch schon, dass die dann runterläuft und du zu wenig Zeit hast und dich beeilen musst. Aber ich warte ja einen Bug. Ja, tschöne, tschöne mit meinem Wurm. Hast rein erledigt. Jep. Alter, das sind zwei Würmer von mir. Das war doch ein kleines Geschenk, oder? Kann man mal machen. Ja, und eine geile Rutsche und da unten ist auch noch Wasser. Das ist schon fies. Komm, probieren wir nochmal, was wir gerade probiert haben. Oh nee. Dein Fass wird explodieren, ne? Oh nee. Ja, ist ja okay. Nice. Alles schön auf einen Fleck. Oh. Ey. Oh. 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 Bisschen mehr. Oh. 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 Das ist natürlich heavy. Das war viel. Oh, mich hat das jetzt interessiert. Hey, warte, warte. Ne, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Als ob. Weißt du, warum Bram eine Map gewählt hat? Mit Decke. Ja. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Outside-Achsen. Ja. Du bist auch schon nicht hochgekommen. Ja. Du bist auch schon nicht hochgekommen. Ja, nur weil ich das nicht geschafft habe, weiß das ja nichts. Ja. Das ist ein bisschen schmerzhafter ist, ne? Oh, schieß nicht drüber. Ne. Ach, Peter, jetzt muss ich doch nicht ins Wasser bringen. Ah... Doch, doch. Ach, Scheiß. Doch, doch. Wrennt wohl früher dran zu sein. Der Wurmwechsel war noch nicht da. Oh. Ja, runter dürft ihr den kriegen. Oh, shit. Ja, das ist belastend. Oh, schöner Flug. Teleporter von Peter schon mal weg. Oha, was, was ist denn hier los, mein Freund? Oh. Ich habe einen Target gesehen. Nein, wir springen hier nicht runter. Jetzt springen. Wie genau hast du vor? Der stirbt doch eh. Auf wen gehst du? Ich glaube, er will das Ding dahinter treffen. Oh! Knapp. Okay. Du hattest vorhin so einen krassen Job? Ich wollte den Stein gesehen, wo wir zu dritt draufstehen quasi. Ja, das ist doch schön. Das ist eine gute Ausgangslage für dich, würde ich sagen. That's better! So, was tun wir jetzt hier? Das ist alles noch nicht fertig. Ne. Ey, war super, wenn die drei Leute reinhalten, Bram. Dynamit war auch noch nicht fertig. Ne, oder? Übersehen. Das übersehen, glaube ich. Oh, beide, beide im Wasser. Das ist nice. Also, Start. Der letzte der Runde, wa? Hiiii. Gut, dass der eine jetzt da safe steht. Okay. Jetzt kommen Ninja-Action. Das wird, glaube ich. Alter, was? Aber... Oh, das könntest du aber schaffen, da oben hochzuwobbeln. Ah, wird federer Quart. Oh, okay. Das wird nix. Das ist natürlich jetzt an, Lucky. Oh, ne. Überall sein Sperm verteilt. Ist der 116er dran? 115 oder 120? Müssen wir an die Reihenfolge von J-Mer. Geht auch der untere. Ist das ein Doppelkill? Ne. Und Dynamit in den schon 50er? Ja, Dynamit wird benutzt. Weil wir seinen Platz sichern, Bram. Aber der wird ja nicht totkriegen mit einer Dynamitstange. Na gut. Aber ein Loch reinbringen. Als wohl groß genug sein dürfte. Ja. Passt so. Klar. No bad. Wenig Damage dürfte das auch nicht gemacht haben. Das ist meine Etage. Geh mal wieder hoch. Ne, ne. Bleib mal da schön unten. 125. Boah, stark. Och, und dann ist auch noch der... Och, Mist. Alle wollen die Deja-Bobes. Nein. Geht nicht, okay. Hä? Scheiße. Ja, ich hab nicht genug Schwung, um dann da wegzufliegen. Geh mal runter zu denen. Hihihihi. Wiederholt sich wer das Wäppchen. Mal lieber in die andere Richtung. Nö. Und das Leben vielleicht? Ah, da kommt er nicht drüber. Ja. Muss er nen Länger-Salm-Ein benutzen. Na, man kriegt das Leben auch noch. Ja. Noch was hin? Nee. 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 Egal, wie weit ist es so schlecht, die Runde. Der steht aber nicht gut da oben. Zum Runterhauen meinst du? Ja. Der steht da ganz und gar nicht gut dran. Peter, vielleicht schaffst du das auch gar nicht, da reinzukommen. Ah, knapp. Oh, nice. Ja, nimmst du jetzt Wasser, dann nimmst du den Baseballschläger. Ich hab mich auch gerade über den, ich hab mich für Wasser, glaube ich, entschieden. Mit Wasser dürft ihr den da sogar drüberkriegen, da ist doch so ne Chance, ey. Okay, genau das ist der Fehler, den er begangen hat. Oh mein Gott. Lol. Nice. Gute Runde. Nice. Lol. Hättest du mal den Baseballschläger genommen. Hätt ich mal den Baseballschläger genommen, dann bin ich ganz bei dir. Alles übertroffen, Peter, nice. Oh mein Gott. Okay, das war gut. War gut. Das war schon ganz schön stark. Uh. So, ich bruch Geld. Er will sicher gehen mit TNT. Was? Was? War schon gut. Vielleicht steht er doch total kacke da. Das ist mir doch irgendwie, wo, die sind, die, die kriegst du da nicht raus. Also da eigentlich mehr machen können, als er nicht mit der Basuka geschossen hätte. Und ich kann mich auch immer noch da hinten hinstellen. Aber da oben ist halt ein gefährlicher Punkt da oben rechts, weil da kann es runtergeschlagen werden. Ja, in beide Richtungen. Oha. Dann kann ich lieber versuchen, naja, für den Kill zu gehen. Bram hat jetzt nur noch einen Wurm. Boah, die Oma, macht die Oma da richtig schade? Du, Bram, könntest du tot sein, wenn du den jetzt wegmachst da unten. Das ist doch passieren. Mal gucken, wo ich lande. Der hat oben rechts, ne, der Wurm ist quasi... Ja, der ist tot. Der oben, oben rechts ist tot. Boah, nicht untergerissen. Sehr gut. Meiner ist weg dabei. Das ist scheiße. Holy moly. Dann brauchen wir noch einen. Ja. Teleport hast du noch, oder? Ja, da wegzukommen ist nicht die Problematik. Die Frage ist, wohin geht man, ohne getötet zu werden? Das ist eine verdammt gute Frage. Aber... Du musst nach rechts gehen. In die Höhle. Kennt er nicht noch einen Wurmwechsel? Ja, aber ich glaube nicht, dass er mich da rausgeschlagen kriegt. Aber eigentlich nicht. Der hat doch einen Dynamiten, oder? Achso! Ja, und dann macht er sich selber 85 Damage. Ah, das macht er sich selber Schaden. Ja, das stimmt. Der hat auch nicht mehr so viel Würmer, dass er sagen kann, ich scheiße 85 Damage. Ja, okay, dann verstehe ich. The Teleport Action, kein Nöhnchen. Peter, das ist kein Business. Wie geht's hin? Da kommt keiner mehr raus, Peter. Was? Da kommst du noch raus. Da kommst du easy raus. Echt doch. Ach, Peter. Jetzt hängt er rechts unten noch voll im Wasser. Du hast dir vorher links anfangen. Los! Er braucht zwei Schüsse. Ja. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Leben, leider. Aber J Damage gemacht. Auf gute Freundschaft, ne? Man, er nimmt nur eine Mine, kein Dynamit. Nein! Nein! Oh, oh. In hier im Wasser landen, alles gut. Nein! Komm, ein bisschen was rüber. Nein! Ah, nicht genug. Nein! Nein! Bin ich unter Wasser? Nein! Bin ich unter Wasser? Nein! Ich hab' noch drei, Alter. Sepp hat drei. Ich hab' zwei. Fähre uns fram ein. Let's go! Geh' mir mal hierhin. Mal gucken, was da drin ist. Ah, Mann, ey. Das ist aber auch eine tricky Map hier. Ja. Das ist alles belastend hier, Peter, zwischen uns beiden, ne? Ja. Erstmal den Helm-Aufsatz, das ist einfach richtig. Leute, der 150er ist als nächstes dran. Hä? What in? Ah, lol! Er baut ihn einfach ein! Boah, ist das bitter. So, der gleiche kann Peter jetzt halt auch machen. Ich will nicht, ob ich das versuche, wenigstens. Aber wegschlagen müsst ihr aber gehen, ne? Boah, das ist eng. Loooooo! Oh, das ist geklappt! Oh, shit! Das ist GG für den Schramm. Das ist schwach. Ich hätte gedacht, der haut drüber, ey. Ich dachte auch, dass du da, oder, oder, oder der bleibt da irgendwo hängen, oder so. Das, jetzt, belastend! Alter, wie sie alle zu mir kommen. Oh, der Spot da, Peter. Oha. Oh mein Gott. Das ist schon ganz schön abgefuckt, ey. Puh. Viel Spaß damit, Peter. Viel Spaß damit, mein Freund. Ja, da bin ich als erster raus. Ja, da wirst du was gegen machen können. Okay. Sepio, der krasse Laserbeamer. Na doch, sowas von nicht. Nutzt das nie. Ja, du kannst aber in der Nix vorbeischießen. Okay, Peter hat's vorgemacht. Ich hab's einfach kopiert. Danke, Peter. Hat gut funktioniert. Okay, was nehmen wir? 5 Sekunden. 60 ist ne Menge. Alrighty. Was? Nein, 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 nein. So cool. Komm, so cool. Hast du kein Dillamid mehr, oder so? Ne, hatte ich schon eingesetzt. Ah, okay. Jetzt haben wir gerade so, alter Junge, zockst du dir einfach die Holy. Okay, der ist weg. Der ist definitiv weg. Yep. Oh, Sepp wurde da ein Schlag. Heißer, ey. Ja, und Sepp noch zwei. Guck, was hat er da jetzt für einen geilen Scheiß noch? Hat die nicht so gut getroffen, wie ich wollte. Das ist halt, du hast mich in ne ungünstige Situation gebracht. Ja, Büffel. Ja, Büffel, das ist der, also ich hab darüber nachgedacht, den Büffel zu nutzen, aber der könnte halt hängen bleiben bei mir. Wenn er sich umdreht, der steht richtig rum. Der steht richtig rum. Der steht gerade links rum. Der macht die tot. Der macht das Geschütze auf jeden Fall kaputt. Ja, aber der könnte halt dagegen und dann bin ich tot. Ich hoffe ja, dass der drüber springt, weißt du? Könnte sein. Das sind die beiden Optionen. Oder ich werfe Jay eine Holy vor die Nase. Das würde natürlich auch funktionieren. Aber so ein bisschen Randomness ist doch immer schön. Nein! Jawoll! Aber das Geschütze ist weg. Ja, das hätte ich auch wegmachen können. Ja, wobei 43 ist noch okay. Dann ist es okay gewesen. Die Holy hätte das Geschütze, glaube ich, auch gekillt und Jay runtergeschossen. Aber hey, manchmal muss man sich entscheiden und diese Folge entscheide ich mich immer für das. Ich habe mich die Folge auch öfter falsch entschieden. Nein, jetzt. Weißt du, was du tust? Abhaun! Und Jay will die Kiste haben. Das war keine Lübgesse, Alter. Scheiße. Das ist okay, Jay. Scheiße. Aber der ist leider nicht dran. Oder doch? Ich glaube schon. Nee, ich habe vorhin mit dem rumwetzig. Dann habe ich mein eigenes Grab geschaufelt. Wenn der dran ist, sind die Karten auf jeden Fall gut. Das wäre auf jeden Fall gut. Oh! Ich glaube, ich habe eh mein eigenes Grab geschaufelt. Was ist denn mit dem? Ich habe mir auch gewünscht von Sepp, dass der unten rechts dran ist. Kein Brummwechsel mehr. Nee, habe ich nicht. Du hättest erst nachgeguckt, seitdem schon 20 Sekunden. Nee, also ich war mir halt schon sicher. Oh Gott! Was hat... Das hat nicht funktioniert. Da musst du aber klatschen. Das ist echt eine Failfolge des Herrn, Junge. Weil da noch ein kleiner Pinöppel war, der nicht gereicht hat. Oh, Sepp ist da unten auf jeden Fall tot. Ja, deswegen ist das halt ganz interessant. Mal gucken, was du machst. It's one on one on one. Asha, ich fixe mich. Aber wie ist das schon sinnvoll? Da kann nur eine Bazooka draufballern, ne? Ja, aber das ist nicht so leicht. Ja gut. Treffen muss man halt schon. Hoffen wir mal, dass du dich nicht triffst, aber das sieht wieder aus. Ach, belastend. Einer ist abgesoffen. Okay. Scheiße. Ach du Scheiße, jetzt schon die Banane. Ja! Du Ficker! Er lebt noch. Ist mir egal. Ist mir egal. Wenn du mich töten, dann muss ich mich halt wehren. Ja, da könntest du einfach Wasser ins Gesicht schieben. Selbst sitzt das halt einfach aus. Ich kann von der Seite halt auch nichts machen. Ja, da könntest du einfach die Wasserbäume ins Gesicht schmissen und schmeißen da oben. Ja, machst du nichts. Ich würde auch gerne meine Position ein wenig erhöhen, ehrlich gesagt. Na ja, das kann ich ja vorher machen. Ja, dann jag doch mal da links. Boah! Wir haben jetzt hier eine persönliche Fäde, die ausgelöst hat und muss jetzt erst doch zu Ende geführt werden. Ich füge da jetzt noch ein Loch rein. Das ist ein Wasserballon, ne? Au! Au, au, au! Oh, das musst du machen, Peter! Das ist belastend. Ah, das ist mein Tod. Oh, der bleibt doch da liegen, oder? Ne, der spült mich weg. Der spült mich jetzt nach unten. Das kann ich mal sein. Tut er mich! Ah, Peter, du Ficker! Jetzt bist du dran! Dieser ganz kleine Kuhle bleibt ja da hängen, der ich euch gesehen. Ja, da bist du dran! Hasta la vista, Baby! So, Privatschmäde am Start, sagst du? Das heißt, du gehst nicht auf mich? Oh, ich hab keinen Ninja-Wope mehr. Oha, und jetzt kackt der vorher ab, das wär so lustig. Der muss halt hoffentlich reichen. Das dürfte reichen. Das sollte wohl reichen, ja. Oh, was? Der Wasserdruck ist halt zu krass. So, aus dem Leben gefickt! Ja, scheiße, ey. Okay, was mach ich denn jetzt gegen Sven, der sich da schon weggebunkert hat? Wie, sonst was. Das dürfte schwierig werden. Hättest du dich mal nicht so auf mich gehalten. Ja, der hat ja den Weg gemacht. Was heißt, ich musste mich die ganze Zeit ja verteidigen gegen alle. Könnte gar nichts gegen machen. Wie komme ich da jetzt noch weiter nach oben? Büffel. Nee, der geht ja nach unten. Du stellst dich unten hin und drehst ihn nach rechts und lässt den Büffel da langlaufen. Und mit ein bisschen Glück lachen wir uns allein ab, weil er zu früh explodiert und weil du links wegfliegst. Was mache ich, Bram? Hier den Büffel einfach zünden und dann... Ja, in die andere Richtung. In die? Ja, so kommst du da weiter. Da krieg ich ja 100% Schaden. Ja, Schaden schmaden, ey. Ey. Oh Mann, ich durfte nicht. Oh, ich wollte es. Sepp kommt nicht weiter nach oben, ne? Ja, das ist richtig, Jonathan. Weißt du, wo kommst du noch? Mhm. Also, kein Teleporter benutzt. Ich hab das nicht allzu schwer. Alter. Wo sind die Fülle? Wie viel Leben hast du noch? Gibt keinen höheren Punkt. Klar. Gibt aktuell keinen höheren Punkt. Natürlich, da oben. Ich stell mich da oben einfach wieder hin. Da oben ist nicht höher als da, wo er steht. Da ruhig nicht höher. Willst du auch nicht sagen. Oh. Oh, kann ich mir einfach so ein Ding kaufen? Ah, ich komm hier, glaub ich nicht nach oben. Das war ja so ein Brenner. Keine Ahnung. Das kostet ja nur 10. Ja, easy. Ich hätte den Büffel gerne gesehen, wie ich damit selbst töte. Ich hätte das auch gerne gesehen, aber gerade hat sich geldtechnisch was Neues ergeben. Und damit dürfte ich ganz oben sein, fast. Okay. Ich hab auch schon eine Idee, was ich noch machen kann. Na, Jay teleportiert sich jetzt zu mir. Ja. Ja, gibt keine höhere Stelle. Gut, dass ich bis zum Ende gelaufen bin. Das hab ich nämlich gerade schon, das hättest du in der Runde davor machen müssen, weil dann wärst du vor mir in dem Gang gewesen. Ja, aber er hat nur 49 Leben. Ja, keine Ahnung, er wird mich so oder so töten. Aber das ist ein Move. Jetzt machen wir was Kluges. Lass da einfach eine Granate runterrollern. Das ist zum Beispiel, könnte funktionieren sogar. Aber die könnte auch auf dem halben Weg liegen bleiben, weil der Tunnel vielleicht nicht eben ist oder so ein Scheiß. Du würdest einfach dein Geschütz runterrollen lassen. Oh, das ist eine gute Idee, Bram. Jo. Oh, Mann. Ach, komm. Ich sag ja, das ist der Komm. Oh, mein Gott. Ey, das war ein Try wert. Das war eine gute Idee von Bram. Ich fand die lustig. Fand die auch lustig. Tatsächlich, ich dachte, ich hätte dich, tatsächlich lustig nicht, dass du die von oben runterrollen lassen willst. Ich dachte, du gehst bis zu der Kante, schmeißt das da runter und gehst dann wieder hoch. Nee, nee, weil ich nicht mehr hochkomme dann in der Zeit. Nee, ist ja egal. Du musst halt den ganzen Weg hoch. Ich war echt überfrackt, weil ich mahnen soll. Stell dir ein Geschütz da rein. Den Büffel. Lass den Büffel laufen. Oh, die läuft zurück, ne? Die kann man nicht springen lassen, die Oma. Die kann man nicht springen lassen. Oh, die dumme Sau. Die kann man nicht springen lassen. Während der Scheiße. Oh. Hey, Sebastian. Alles klar. Dann habe ich solche Situationen, habe ich von dir schon gesehen. Aktuell sage ich, sie hat nur eine Chance. Du hast die Situationen, dann haben wir alle schon mal verkackt. Ja. Oh. Okay, das finde ich awesome. Finale. Das dürfte ja wohl da durchgehen, oder? Keine Ahnung. Rot. Wuuuuh. Ja. Die Banane nimmst, Junge. Die Dinger hätten sonst so hinfliegen können, ja? Nein. Dann hätte da noch eine geile Szene bringen können. Niemals. Die hätten natürlich komplett vorbeifliegen können und hätten alle dich getroffen oder so. Oh, scheiße. Das Höhlen-Setting ist so nervig, mit dem wir bauen uns immer nach oben. Ja. War nicht trotzdem lustig. Vielen Dank für die Zuschauer. War eine geile Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.